Grimma. Rund 550 Fotos zeigen entlang der Anlegestelle der Mulde-Schifffahrt deren Historie und viele besondere Momente. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Mulde-Schifffahrt sowie 700 Jahre Fährbetrieb entwickelte Hobbyfotograf Rolf Hofmann eine Ausstellung, in der Aufnahmen von 2005 bis 2023 zu sehen sind. Während des Sächsischen Wandertages war der fotografische Einblick eine gern gesehene Wegeattraktion. Die Mulde-Schifffahrt fährt von Ostern bis Oktober von der Anlegestelle Hängebrücke nach Nimmschen und zum Schiff Mühlensteg. Mittwochs bis Freitags sowie an den Wochenenden oder auch individuell für Gruppen buchbar, die auch wie hier in der Ausstellung zu sehen sind, einiges an Erlebnissen mitnehmen.